Kein Mensch hier weiter und breit und so. Bin ich etwa kein Mensch? Ja, Entschuldige. Warum machst du es eigentlich nicht so wie ich? Ich helfe bei den Bauern mit, Kost und Logis sind frei, die Arbeit macht Spaß und wenn es mir nicht mehr gefällt, ja dann ziehe ich halt weiter.